Der Sportklub Freiburg konnte völlig überraschend und souverän das Auftaktspiel der neuen Bundesliga-Saison gegen den Vizemeister aus Stuttgart gewinnen. In diesem Video analysiere ich den 3 zu 1 Sieg, der gleichzeitig das Cheftrainer-Debüt von Julian Schuster in der Bundesliga war. Zunächst einmal startete dies aber denkbar schlecht, denn man ging nach nur zwei gespielten Minuten in Rückstand nach einem Standard, war es dann der zweite Ball, der zu Demirovic kommt, da hat man einfach nicht wach genug verteidigt. Allerdings ist das Positive, dass das so ziemlich die einzige große Chance war, die man über das komplette Spiel von Stuttgart zugelassen hat. Zumindest in der ersten Halbzeit hatte Stuttgart überhaupt keine Chance mehr und das ist eben auf den guten Matchplan von Freiburg gegen den Ball zurückzuführen. Zunächst einmal grundsätzlich, noch unabhängig von der Formation, hat man das Zentrum extrem kompakt gehalten. Das sieht man hier ganz gut, die Vierer-Mittelfeldreihe ist extrem nah beieinander und so hat man es Stuttgart extrem schwer gemacht, sich durch das Zentrum hindurch zu kombinieren. Hier ist Karasor am Ball und kann quasi überhaupt nicht die Spieler vor eben zwischen den Linien anspielen mit Demirovic und Undaf. Also da an sich hat man schon mal einen guten Job gemacht. Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann hat man aus einer Art 4-1-4-1 Struktur heraus agiert. Hinten eine klare Viererkette, dann eben ein Sechser und davor wieder eine Vierer-Reihe und vorne der Stürmer. Das sah dann meistens so aus, dass Adamu oder Röhl, je nachdem die waren da flexibel, einer hat eben Stiller zugestellt als einen der beiden Innenverteidiger von Stuttgart und Chabot, der andere Innenverteidiger, wurde meistens freigelassen, sodass man eben das Spiel der Stuttgarter auf ihn gelenkt hat, da er, ja, er ist auch ein relativ spielstarker Innenverteidiger, aber im Vergleich zu Stiller natürlich nicht ganz so stark und dementsprechend hat man das Spiel meistens auf ihn gelenkt, dass er dann meistens derjenige war, der den Ball am Fuß hatte. Das sieht man auch in den Statistiken, hatte deutlich mehr Ballkontakte wie Stiller, was eigentlich schon recht ungewöhnlich ist, aber eben auf diesen Plan zurückzuführen ist. Der zweite Stürmer, beziehungsweise erstmal die Flügel von Freiburg, waren jeweils an den Außenverteidigern von Stuttgart, aber auch relativ nah zum Zentrum, dass man da einfach geringe Abstände hatte. Der zweite Stürmer, in dem Fall Merlin Röhl, aber wie gesagt war das flexibel, hat dann meistens bei einem Spieler der Stuttgarter Doppelsex gestartet. Hat den eben zugestellt. Der andere wurde meistens von Osterhage zugestellt, der aus der hinteren Mittelfeldreihe 1 vorgeschoben ist. Und Osterhage war dann eben meistens an Mio dran, der technisch einfach nochmal stärker ist wie sein Partner auf der Doppelsex Karasor. Der war dann eben meistens im Deckungsschatten vom zweiten Stürmer, in dem Beispiel Röhl, der dann einerseits anlaufen kann auf Schabot, also schon auch Druck ausüben kann, aber mit seinem Deckungsschatten halt auch den Passweg zumacht auf Karasor. Und das war wirklich sehr gut, so hat man vorne gut Druck auf den Ball bekommen. Hinten hatte man dann Eckestein als tieferen Sechser, relativ allein in diesem Bereich zwischen den Ketten. Allerdings war es bei Stuttgart so, dass Undaf sich meistens fallen lassen hat. Den konnte er dann eben aufnehmen, während Demirovic da jetzt nicht ganz so komfortabel war im Spiel zwischen den Linien. Er hat seinen Mehrwert, was das Passspiel angeht, wenn dann eher im letzten Drittel. Und da gibt es auch einen guten Thread auf Twitter dazu von Niklas Levinson. Soll jetzt aber nicht die Leistung von Freiburg schmälern, die war schon gut. Aber ich sag mal so, mit einem Girasie, der voll in das Stuttgarter Spiel integriert ist, hätten sie sich vielleicht nicht ganz so schwer getan. Dennoch war es auf jeden Fall gut von Freiburg. Also in dem Beispiel konnte man das dann auch relativ Mann gegen Mann verteidigen. Man war da aber auch durchaus flexibel. Zum Beispiel hier ist es gut, hier ist die Qualität nicht so gut. Aber da läuft man es genauso an, lässt Schabot eben frei. Hat dann dadurch hinten auch eine Plus-Eins-Absicherung mit einem Innenverteidiger, der keinen direkten Gegenspieler hat. Ist da also nochmal besser abgesichert, ohne vorne den ganz krassen Druck drauf zu bekommen. Aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass Stuttgart sich da Chancen herausspielen konnte. Und genau dieses bewusste Freilassen von Schabot als einem der Innenverteidiger sieht man auch in dieser Situation noch ganz gut. Da führt man zwar schon 3 zu 1, aber Röhl eben wieder am zweiten Sechser an Karasor. Läuft dann langsam nach vorne Schabot an, aber hat weiterhin Karasor in seinem Deckungsschatten. Ansonsten verteidigt man es wieder genauso wie vorhin beschrieben. So hat man vorne meistens gut Druck drauf bekommen, hat sich nicht allzu tief hinten reindrängen lassen. Dennoch ist das hin und wieder passiert. Da war man dann aber auch relativ flexibel, wie man es tief verteidigt hat. Hier zum Beispiel überlädt Stuttgart vorne mit 5 Spielern in der letzten Linie. Allerdings hat man mit Dohan da auch einen flexiblen Spieler. Der kann sich fallen lassen, sodass man hinten eine 5er-Kette bildet. Und dementsprechend war man da auch nicht allzu anfällig, dass Stuttgart da irgendwie eine Überzahl kreieren kann. Und dementsprechend auch hier wirklich gut gegen den Ball. Und darauf hat man dann auch später zurückgegriffen, nachdem man 3 zu 1 geführt hat. Hat dann umgestellt auf eine feste 5er-Kette. 5-4-1, wie man hier sehen kann. Ziemlich kompakt. Stuttgart hatte noch ein, zwei Distanzschüsse, die schon gefährlich waren. Aber sie haben sich keine klaren Chancen herausgespielt. Man hatte dann auch wirklich drei klare Innenverteidiger im Zentrum. Mit Ogbus eigentlich nochmal einen Innenverteidiger auf der rechten Schiene. Und da hat man dann hinten raus das Ergebnis abgesichert. Allerdings musste es nach dem frühen Rückstand ja auch erstmal dazu kommen, dass man die Tore erzielt hat. Wieder in Führung gegangen ist. Und dazu schauen wir uns jetzt mal an, wie Freiburg im Ballbesitz agiert hat. Und da lautet das Stichwort wieder positionelle Flexibilität. Denn die hat man auf jeden Fall wieder an den Tag gelegt. Habe ich ja schon mal in der Analyse zum ersten Testspiel unter Schuster herausgearbeitet. Sieht man hier wieder ganz gut. Krifo zum Beispiel ist zwischen beiden Innenverteidigern. Osterhage ist auf den Flügel rausgekippt. Während links Günther als Linksverteidiger schon hochgeschoben ist. Genauso Rechtsverteidiger Kübler ist da vorne im Zentrum in der letzten Linie quasi wie ein Stürmer. Da ist man also sehr flexibel. Und wenn wir jetzt mal weitergehen. Freiburg spielt es dann aus. Verlagert das Spiel von links auf die rechte Seite. Und da ist es dann eben genau Kübler, der sich den Distanzschuss nimmt und perfekt unten links ins Eck haut. Das zweite Merkmal des Fußballs unter Schuster ist wie ich finde das Pressing. Und ich habe ja gerade schon die gute Pressingstruktur angesprochen. Aber daraus ist dann eben auch ein Tor resultiert. Nämlich das 2 zu 1 der Führungstreffer. Da konnte man hier einen Ballgewinn erzielen. Und dann war es so, dass man links den Ball hatte. Hat nochmal bewusst mit Krifo das Tempo ein bisschen rausgenommen. Moment gewartet bis eben Günther von hinten nach vorne kam. Der bringt dann die Flanke auf die andere Seite auf Doan. Der setzt sich dann durch gegen Kretzig. Der das nicht optimal verteidigt. Und genauso schwach macht es dann Nübel im Tor. Der einfach plötzlich hinfliegt. Und Doan macht ihn dann irgendwie über die Linie. Man hat sich dann auch keinesfalls auf der Führung ausgeruht. Ist weiter vorne drauf gegangen. Wie in dem Beispiel. Adamu macht Druck auf Stiller. Röhl antizipiert den Pass auf Nübel. Spritzt dazwischen. Und dann blocken die Stuttgarter noch den Abschluss von Osterhage meine ich. Allerdings gibt es dann eben die Ecke. Ich meine das ist dann auch die woraufhin Kübler das 3 zu 1 erzielt. Also resultiert auch dieses Tor gewissermaßen aus einem Pressingerfolg. Und man muss auch sagen. Endlich mal wieder ein Standardtor in einem Pflichtspiel. Gut gab es jetzt gerade im Pokal. Aber gerade in der letzten Rückrunde war das ja wirklich Mangelware. Da kamen auch die Standards schlecht. Und unter Schuster ist das auch in der Vorbereitung echt wieder deutlich besser gewesen. Und auch danach hat man noch weiter nach vorne gespielt. Hatte seine Möglichkeiten. Hier Scholloy der vorbeischießt. Hätte da vielleicht links rüberlegen können. Nichtsdestotrotz verdeutlicht das einfach. Man hat das Ergebnis nicht nur verwaltet. Hatte weiter seine Chancen. Und dementsprechend hat man auch hochverdient gewonnen. Man hatte deutlich mehr Abschlüsse. Mehr Expected Goals. Stuttgart hatte unter 0,5. Hat also vorne viel kreiert. Hinten wenig zugelassen. Und genau das ist eben sehr positiv zu sehen. Genauso wie die drei Punkte die extrem wichtig sind für den Saisonstart. Schuster hat seine Premiere also auf jeden Fall gemeistert. Mit einem richtig guten Matchplan. Ja gegen schwache Stuttgarter. Die auch ein bisschen Ersatz geschwächt waren. Stiller der in der Innenverteidigung war. Und so weiter. Nichtsdestotrotz war das wirklich sehr überzeugend. Und selbst wenn Stuttgart hier in Bestbesetzung kommt. Dann ist es vielleicht ein ausgeglichenes Spiel. Und selbst das wäre ja schon positiv zu bewerten. So war es ein hochverdienter Sieg. Und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Und weil es wirklich gegen den Ball und auch mit Ball sehr vielversprechende Ansätze hatte. Das soweit meine Analyse zum Auftakterfolg der Freiburger gegen den VfB Stuttgart. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Eure Erkenntnisse würden mich auf jeden Fall interessieren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.